Respekt vor dem Menschen als das göttliche Wesen, das ist die allerwichtigste Voraussetzung, die wir auf dieser Erde haben sollten. Respekt vor dem Menschen, aber natürlich auch vor Tieren und auch vor der Natur. Aber sehr wichtig natürlich Respekt vor dem Menschen, Respekt vor anderen Menschen als göttliches Wesen, als Lichtwesen, als göttliche Seelen. Lichtwesen, Lichtseelen. Es gibt aber Menschen, die haben da ganz andere Vorstellungen. Und die gehen davon aus, dass man Menschen, ähnlich so wie die Natur, ähnlich wie Tiere und ähnlich auch wie Technik und Wissenschaft, dass man diese Menschen auch ohne weiteres einsetzen kann. Die Freiheit der Menschen, Freiheit der Meinungsäußerung, womöglich bleibt das dabei auf der Strecke, aber das ist nicht wichtig. Es geht in diesem Video um ein Patent. Es ist ein sehr interessantes Patent und ich habe es auch geteilt auf meinen anderen Kanälen. Sie können es dort auch nachschauen. Und nein, es ist keine verrückte Theorie. Man kann es tatsächlich im Patentregister, im amerikanischen Patentregister nachschauen, finden und sich detailliert auch durchlesen. Hintergrund sind Kryptowährungen. Ja, da brauchen wir heute nicht mehr drüber reden. Kryptowährungen ist ja auch eines meiner Lieblingsthemen. Und ich beschäftige mich seit Jahren mit dem Thema Kryptowährungen. Vor Jahren haben einige gesagt, das wird sich nie durchsetzen. Aber es sieht ganz danach aus, dass unsere Zukunft basiert vor allen Dingen auf Kryptowährungen. Irgendwann wird das Bargeld abgeschafft sein und irgendwann werden auch andere Währungsmöglichkeiten abgeschafft sein. Und alles wird sich, davon gehe ich tatsächlich auch aus, alles wird sich womöglich auf Kryptowährungen konzentrieren. So ist es zumindest geplant. Wenn man Kryptowährungen haben möchte, dann muss man die, das nennt man, meinen. Das heißt sowas wie schürfen. In einer Mine, meinen, kann ich zum Beispiel Gold schürfen. Das ist möglich. Oder Diamanten. Diamanten finden. Gold wird geschürft. Diamanten werden gesucht. In Minen. Und auch bei Kryptowährungen geht es um das sogenannte Mining. Das Schürfen, das Mining von Kryptowährungen. Wie funktioniert das? Nicht wie in der Natur, denn Kryptowährungen kommen nicht vor in der Natur. Kryptowährungen sind reine, menschengemachte, künstliche Währungen, wenn man so will. Und sie werden vor allen Dingen mit Hilfe von gigantischen, riesigen, großen Computern geschürft. Diese Computer verbrauchen unglaublich viel Energie. Und wenn wir jetzt weltweit, überall Kryptowährungen haben, dann brauchen wir eine Unmenge an gigantischen, riesigen, großen Computern, die alle sehr viel Energie verbrauchen. Ist also nicht so gut für die Umwelt. Und sie produzieren nebenher auch noch sehr, sehr viel Wärme. Deswegen stehen jetzt diese Kryptowährungs-Mining-Computer, riesige, gigantische Computer, können Sie auch im Internet googeln, Kryptowährungs-Computer oder Kryptowährung-Mining. Die meisten stehen in sehr kalten Ländern, bevorzugt auch in Island. Riesige, riesige, breiche Gebiete sind dort voll mit Lagerhallen, wo diese Mining-Computer stehen. Aber wenn wir weltweit Kryptowährungen einsetzen möchten, was ja jetzt noch nicht der Fall ist, dann haben wir womöglich in Zukunft ein Problem, ein Energieproblem. Ein Problem auch mit der Energieverschmutzung und der enormen Hitze, die da produziert wird. Womöglich führt das auch noch zu einer weiteren Erderwärmung, obwohl Sie in Island stehen. Es wird nach wie vor sehr, sehr viel Hitze, sehr viel Wärme erzeugt. Können Sie sich vorstellen, wie warm manchmal Ihr kleiner Laptop wird, wenn Sie ihn zu lange anlassen. Und dann wissen Sie, was passiert, wenn riesige, gigantisch große Computer, so groß wie ein Haus, fast so groß wie ein Haus, wenn die 24 Stunden am Tag rund um die Uhr in Dauerbetrieb drehen. Aber wir haben ja den einen Herrn, der eine Herr, der die Welt retten möchte. Er hat die gigantische Idee, und dazu wurde jetzt auch tatsächlich ein Patent angemeldet, Ja, es wurde ein Patent angemeldet, um in Zukunft Mining, also das Schürfen mithilfe der menschlichen Aktivitäten zu organisieren. Das bedeutet, jede menschliche Aktivität, also wenn ich mich irgendwie bewege, dann wird damit automatisch eine Kryptowährung, also werden Kryptowährungen geschürft. Eine geniale Idee, eine geniale Idee, und dazu muss natürlich der Körper erstmal gechippt werden. Das heißt, ich versuche weltweit, alle Menschen zu chippen, und dann kann ich mithilfe dieses Chips diese menschlichen Aktivitäten umsetzen in Kryptowährungen. Jeder Mensch ist dann sozusagen ein Mining-Computer, ein Schürf-Computer. Der Mensch nicht als Mensch mit Seele, nein, der Mensch als Computer. Das ist die ultimative Idee, was man machen kann. Der Chip ist gigantisch, er ist natürlich lange entwickelt und überlegt. Und ja, es ist keine Hirngespenst-Idee, absolut nicht. Es ist eine Idee, ein Plan, der so weit entwickelt wurde, dass er jetzt sogar als Patent angemeldet wurde. Der Mensch als Computer, der Mensch als Schürf-Computer, als Mining-Computer, dann brauche ich diese riesigen Mining-Computer, die jetzt überall stehen, nicht mehr. Es ist die Lösung dafür, dass ich weltweit Kryptowährungen einsetzen kann. Jetzt muss ich das nur noch den Menschen irgendwie ein bisschen vernünftig erklären, dass sie nämlich mithilfe dieses Chips selbst dann mit ihrer Aktivität, der eine bewegt sich mehr als der andere, womöglich dann in Zukunft solche Kryptowährungen generieren können. Ja, hätte ich Ihnen diese Geschichte erzählt, vor einem Jahr, womöglich sogar jetzt noch, denken viele, das ist reinste Science-Fiction. Das wird niemals funktionieren. Doch, die Pläne sind weit fortgeschritten, es ist sogar als Patent angemeldet. Das bedeutet, die Pläne sind ausgereift und sofort umsetzbar. Sonst würde ich das nicht als teures Patent, weltweites Patent womöglich, anmelden. Das ist irre. Ja, sogar die Sprache verschlägt es mir jetzt bei dieser Meldung. Es ist kein Science-Fiction. Das sind Interessen und das sind Dinge, die geplant sind, die weit weg sind vom göttlichen Menschen, die weit weg sind von der göttlichen Seele. Ja, das sind schon Gedanken, darauf muss man erstmal kommen. Ich weiß nicht, was es für Menschen sind, die sich so etwas überlegen, bei denen Profit und in dem Fall Kryptowährungen an allererster, an vorderster Stelle stehen. Und bei denen offensichtlich Menschen als Mensch, als Seele, als menschliche Seele keine Rolle spielen. Der Mensch als Mining-Computer. Genial. Auch gut für die Umwelt, denn ich brauche keine Mining-Computer mehr. Sämtliche Menschen dieser Erde werden zu Computern degeneriert. Können wir etwas dagegen tun? Selbstverständlich können wir etwas dagegen tun. Wir können uns informieren, wir können die Informationen weiterleiten, wir können die Informationen teilen, wir können uns weiter in das Thema vertiefen, recherchieren. Und ich bin der Meinung, dass vieles, was geschieht, in diese Richtung hin arbeitet. Das macht alles Sinn. Der ganze Plan macht für mich, und das ist meine ganz persönliche Meinung, der ganze Plan macht für mich jetzt, jetzt erst richtig Sinn. Die totale Kontrolle über die Menschen weltweit und der Einsatz der Menschen weltweit als Mining-Computer. Wesentlich umweltfreundlicher als die Mining-Computer, die jetzt sehr viel Energie verbrauchen. Denn der Mensch verbraucht ja sowieso Energie. Also setze ich diese Energie um. Und dazu müssen wir alle gechippt werden. Und das ist Teil dieses Plans, der, und das ist meine persönliche Meinung, der gerade weltweit umgesetzt wird. Und das ist eine persönliche Meinung, der, und das ist eine persönliche Meinung,